Mr. President, im Namen des chinesischen Volkes überleiche ich dieses Geschenk. Danke, Schlitzauge. Böser Geist, es gibt sehr wichtige Legeln, Pflege und Ernählung beträffend. Einmal haben wir einem amerikanischen Jungen einen Mogwai gegeben, aber ein Ergebnis war Katatlofe. Doch der Fühle der Fleimwelt... Na, du kleines Wien. Manche Leute nennen ihn gleich... Ich weiß schon, wie ich diesen Grummeler nenne. Und zwar Fruit Loop. Ich krieg dich. Ich werd dich ausräuchern. Verrate nicht unser Geheimnis. Wem soll ich denn bei einer Party Cubat so richtig Feuer unterm Arsch machen? Heilige Kanonensch***. Wie konnte denn das bloß passieren? Fass dich fertig, Changi. Was soll's? Wer sagt denn, dass nur die Spaß haben dürfen? Stimmt's, Fruit Loop? Ja! Juhu! Juhu! Äh, ich weiß nicht. Das waren die Grummler. Ups, ich habe verloren. Zieh dich aus, Jenna, du dumme Ohre. Schnauze, ich wollt mich eher ausziehen. Seht mal meine Titten. Verdammt, ich hab's gewusst. Die Schlampe zieht sich für jeden aus, aber ist doch eine scharfe Braut. Hey, Mann, die beiden machen gerne Strip-Show. Guck mit Fruit Loop. Mr. President, Armageddon steht uns bevor. Ich liebe diesen Film. Die Erde ist verloren. Eine nukleare Katastrophe. Und, würde es helfen, wenn ich auf ne Zündkerze pinkele? Oh, George. Ich hab solchen Hunger. Keine Sorge, Schätzchen. Wir essen einfach Fruit Loop. Ich mach nur Spaß, Fruit Loop. Wir essen Chaney. Das ist ich.